Okay Uwe, du hast es gerade in der Pressekonferenz gesagt, der Mannschaft fehlt heute so ein bisschen die Selbstsicherheit und auch so ein bisschen, wie soll man das sagen, die Selbstsicherheit. Wie wichtig ist trotzdem dieses 2 zu 0 am Ende gewesen in Bezug auf das Derby kommende Woche? Ja, nicht nur in Bezug auf das Derby, sondern grundsätzlich war es natürlich schon wichtig, dass wir mit dem heutigen Spiel unseren Punkteschnitt von über 2 Punkten einfach auch wieder letztendlich ausbauen können. Das haben wir geschafft. Mit Sicherheit ist es so, du hast gerade Selbstsicherheit gesagt, ich würde sagen, die Selbstverständlichkeit in vielen Situationen, die hat gefehlt, wo wir in sehr, sehr vielen Spielen, gerade wenn wir einen Lauf hatten, gerade wenn wir eben deutlich aktiver ins letzte Drittel des Gegners gespielt haben, da war es dann schon häufiger so, dass finale Bälle einfach besser getimt waren, dass wir mit einer höheren Laufbereitschaft in diese letzte Zone gespielt haben, dass wir mit Sicherheit auch deutlich mehr Situationen kreiert haben. Insofern muss man das Spiel wahrscheinlich heute ein Stück weit auch unter diesem Aspekt sehen, dass wir sehr, sehr effizient gearbeitet haben, dass ich vor allen Dingen der Mannschaft durch eine leicht veränderte taktische Ordnung in Bezug auf das Spiel gegen den Ball eben auch wieder mehr Sicherheit geben wollte. Heute war oberstes Gebot eben, dass wir nicht wieder aus einer Kontersituation heraus 0-1 kassieren und dann dieser Situation hinterherlaufen, sondern möglicherweise in einem Heimspiel eben mal in Führung gehen. Ich denke, all das, so die mangelnden Erfolgserlebnisse in den letzten zwei Spielen, mit Sicherheit auch so dieses Wiederkehrende gegen eine Mannschaft aus dem Untertrabellendrittel spielen, irgendwo vorlegen zu müssen, das alles hat mit Sicherheit dazu geführt, dass die Mannschaft sich schon ein Stück weit Druck gemacht hat, dass wir diesen Druck natürlich irgendwo wegstoßen konnten durch dieses vorentscheidende 2-0. Am Ende, glaube ich, muss man dieses Spiel tatsächlich als einen Sieg der Effizienz irgendwo abtun. Es war nicht das Spiel, was ich mir eigentlich in Heimspielen vorstelle, ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben, um auch einfach wieder attraktiver zu spielen, denn das soll ja auch ein letztendlich immer wiederkehrendes Element in unserem Spiel sein. Heute war es pragmatischer, aber unterm Strich haben wir drei Punkte geholt und ich denke, jetzt habe ich eine einfach gute, eine fokussierte Woche, um auf dieses Derby hinzuarbeiten. Wir stehen mit Zinko und Cenk und hoffentlich auch wieder Maurice Kühn, denke ich, auch mehr personelle Möglichkeiten für das kommende Wochenende zur Verfügung, was natürlich dann in der Trainingswoche bedeutet, wir können auch nochmal ganz anders arbeiten, fokussierter arbeiten und ja, dann werden wir sehen, dass wir nächste Woche ein gutes Spiel machen. Gut. Danke.